Guten Morgen! Guten Abend. Habt ihr geschlafen? Ich habe eins mit und zwei und ich möchte nichts über gesunde Ernährung hören. Na, seid ihr motiviert? Ich werde sowas von einschlafen. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe Wohemmer gespielt und ich bin gestern um vier schlafen gegangen. Ich habe eineinhalb Stunden am Nachmittag gepennt. Ich habe Käsebrot bekommen. Was heißt bekommen? Ich habe mir Käsebrot gekauft. Ich bin schon groß. Ich darf mir das schon selber kaufen. Bis zum nächsten Mal. Ich bekomme endlich Sommertun. Das Kellerkind glänzt und sieht aus, als wäre es kein Kellerkind. Warum hast du hier Nagellack-Fauchen aufeinander nicht? Weil, das ist Mode. Ich bekomme gerade Space Buns. Wir haben das erste Set geshootet. Ich hatte Bilderrahmen auf mir drauf. Es war sehr cool. Zwischenzeitlich hatte ich eine Nahtoderfahrung. Die war nicht so cool, aber wir sind jetzt wieder wach. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es Lati und Tarek geht. Die waren die ganze Nacht über wach im Gegensatz zu mir. Ich habe geschlafen. Es ist gut. Es ist sehr gut. Ich habe sehr viel Spaß. Ich habe einen Heizstrahler hier unten stehen. Der ist extrem warm auf meinem Knie. Und es ist so die Mischung zwischen, ich warte darauf hin, dass es halb gar riecht. Und es ist trotzdem noch angenehm. Du kannst nicht da hinten lachen, wenn ich mal so ernst zu bleiben. Das ist das. Und jetzt shooten wir Set 2. Hoffentlich Set 2 von 4. Vielleicht Set 2 von 3. Aber hoffentlich Set 2 von 4. Je nachdem, ob ich mich benehmen kann beim Shooten und nicht die ganze Zeit dumm lache. Das Video, das Highlight Januar Video kommt übrigens sehr gut an bis jetzt. Die Leute lachen sich tot. Ich habe es gesehen. Besonders über deine dritte Titte. Ich finde, eine dritte Titte wäre das ultimative Goal als Streamerin, Shari. Weil ich habe gelernt, Titten bringen dir Content-Bonus im Internet. Und wenn du am Rücken auch eine Brust hast, dann hast du auch Titten in der Kamera, wenn du aufstehst und den Raum verlässt. Schon krass, ja. Das ist insane. Ja. Dritte Titte. Das ist so furchtbar, ey. Hi, ich fühle mich süß. Ich bin so froh, dass das nicht mein erstes Shooting ist. Aber bei meinem ersten Shooting war ich so schamig einfach. Weil ich so, ich habe mich nicht getraut, in Pose zu gehen und war so, äh, näh, näh. Und ja, und kann ich wirklich, und soll ich meinen Bauch einziehen oder nicht? Und ich bin sehr glücklich, dass ich mich nicht unwohl fühle, sondern süßig ist. Ja. Ich bin ein blauer Eisvogel. Andere Schule weiter runter? Das sieht richtig cool aus. Das fühlt sich so weird an, was man macht. Ich wipp Pommes. Wir sind voll zu spät dran. Wir sind richtig zu spät dran. Wir machen jetzt das dritte Set und danach kommt noch ein viertes Set. Und das vierte Set ist eigentlich der Grund, warum wir hier sind. Und es sind 1,5 Stunden später, als der Plan sagt. Geil. Ich bin bereit. Nice. 2 Hände rum. Und da. Ich hab das Gefühl, meine Brust hat nicht genug. Bereich, um zu atmen, hat sie theoretisch. Aber wenn du es nicht gewohnt bist, dass das Oberteil nicht mitgeht, wenn du atmest, dann fühlt sich an, als würde ich in der Rüstung stecken. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. 5 umfassbar. 4. 5 umfassbar. 3. Kommen. Eine Piste, die aus der Rüstung stecken muss. 3. 5 umfassbar. Ich gehe jetzt ganz dringend pinkeln und baden.